Hallo zusammen, ich begrüße Sie und ich hoffe es geht Ihnen gut. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bianca Hauser. Ich bin die Geschäftsführerin des Immobilienunternehmens Easy Home in Ehringen. Seit Anfang des Jahres erstellen wir für Sie, für unsere Interessenten, ein Besichtigungsvideo. Unsere Interessenten haben somit die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus die Wohnung, das Haus, also das Immobilienangebot in Ruhe zu besichtigen. Heute werde ich Ihnen hier in Emmendingen, genau gesagt in der Geier-Zulauf-Straße, eine schöne 2-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung mit Terrasse und einem kleinen Sondernutzungsrecht am Garten zeigen. Ich als Besucher habe hinter dem Haus auf dem Besucherparkplatz geparkt. Sie als neue Eigentümer oder ihre Mieter können dann natürlich hier in die Tiefgarage fahren und auf dem Stellplatz des Doppelparkers parken. So, da wären wir nun. Beginnen wir mit der Besichtigung der Wohnung. Kommen Sie mit! Hier im Eingangsbereich befindet sich gleich zur linken Seite das Schlafzimmer. Dann weiter zur linken Seite das Badezimmer, das Duschbadezimmer mit dem Waschmaschinenanschluss. Und wenn wir weiter geradeaus gehen, kommt schon der Wohnbereich mit Küche, Esszimmer und Wohnen. Ich persönlich finde, dass es einige Highlights in dieser Wohnung gibt. Auf einem Highlight stehe ich gerade. Das ist die Terrasse, eine Sonnenterrasse hier in Südseite. Wir haben jetzt 11 Uhr morgens, die Sonne scheint, die Wohnung ist sehr, sehr hell. Und für diejenigen mit dem grünen Daumen, auch ein Highlight. Laut Teilungserklärung hat hier der Eigentümer ein kleines Sondernutzungsrecht am Garten. Besonders gut an diesem Angebot finde ich, also wie Sie sehen, steht die Wohnung ja leer. Das heißt, wenn Sie besonders schnell sind, können Sie noch vor Weihnachten als Eigennutzer in die Wohnung einziehen. Wenn Sie Ihr Geld nicht auf der Bank liegen haben wollen, dann können Sie die Wohnung natürlich auch kaufen, denn sie eignet sich ideal als Kapitalanlage. Ob Sie die Wohnung als Kapitalanleger kaufen oder als Eigennutzer, ich empfehle Ihnen, sich für Renovierungsarbeiten noch den ein oder anderen Euro in Reserve zu halten. So hat der Fliesenboden schon bessere Tage hinter sich oder der Laminatboden hier im Schlafzimmer könnte ausgetauscht werden. Wir sind nun am Ende unserer Besichtigung angekommen und wie ich anfangs schon gesagt habe, Sie hatten oder haben immer noch den großen Vorteil, dass Sie jetzt von zu Hause aus sich dieses Video anschauen können oder konnten und sich einen ersten Eindruck von diesem Immobilienangebot machen konnten und prüfen können, ob diese Wohnung Ihren Vorstellungen, Ihren Wünschen entspricht. Im nächsten Schritt, wenn Ihnen die Wohnung gefällt, empfehle ich Ihnen hier nach Emdingen zu kommen in die Geier-Zulaufstraße Nummer 6 und sich von der Lage einen persönlichen Besichtigungstermin vereinbaren. Wenn Ihnen die Wohnung gefällt, Sie hier waren, persönlich die Lage überprüft haben und diese Ihnen auch zusagt, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich rufe Sie daraufhin an und werde mit Ihnen einen persönlichen Besichtigungstermin vereinbaren. Ich freue mich auf Sie, Ihre Bianca Hauser.